Dieses Stream wird unterstützt von der Raiffeisen Regionalbank Mödling in Perchtolzdorf, der Kulturabteilung der Marktgemeinde Perchtolzdorf sowie dem Lions Club Perchtolzdorf. Wir setzen unser Format Wir spielen für Perchtolzdorf mit einem Klavierabend der Perchtolzdorfer Solisten Renate Hudler und Karl-Heinz Grube vor und wünschen dazu gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Amen. 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 Wenn Ihnen dieser Klavierabend gefallen hat, freuen sich die Solisten auch über eine Online-Spende unter dieser Webadresse. Dieser Stream wurde unterstützt von der Raiffeisen Regionalbank Mödling in Perchtolstorf, der Kulturabteilung der Marktgemeinde Perchtolstorf sowie dem Lions Club Perchtolstorf.